So, Freunde, lange genug geplaudert. Drücken wir mal ein paar Knöpfchen. Deine fliegenden Eier sind echt beeindruckend, Mr. Eierkopf. Aber seien wir doch mal ehrlich, du wirst mich niemals fangen. Selbstvertrauen. Das Narrenersatz für Intelligenz. Das ist nicht gut. Sonic, ich weiß, du bist super schnell und alles, aber Maddy und ich... Sind völlig wehrlos? Werden gleich in die Luft gesprengt? So ungefähr, ja. Keine Sorge, ich hab schon voll den guten Plan. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich hatte erwartet, nichts zu erwarten, also zählt das nicht. Oh, der ist ja süß. Können wir den behalten? Ach, komm schon! Wie kann sowas Niedliches nur so gemein sein? Das Auto ist doch versichert, oder? Hey Leute, willkommen zu meinem Livestream. Heute zerstören wir Roboter. Schritt Nummer eins. Wir haben's geschafft! Wir haben's doch nicht geschafft. Was ist das für ein Freak? Habt ihr euch nie gefragt, wo eure Steuergelder hingehen? Jetzt bin ich dran. Lenk einfach nur geradeaus. Der Wagen fährt von allein. Ich komm mir vor wie wenn diese. Was zählt ist die Familie. Ich bin Sonic, ne kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß eines Stromausfalls im gesamten Nordwesten vorgesagt. Wer ist da? Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Guten Morgen, mein ländlicher Freund. Ich gebe Ihnen genau fünf Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp! Tu ihm nicht weh! Voll auf die Zwölf! Julian Ban spricht Sonic. Ausflug? Wieso passiert mir das? Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an! Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt, den müssen wir uns ansehen! Nein, das hier ist kein lustiger Familienauszug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. 2020. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Zuhören! Ich zeig dir mal, wie das geht. Lass uns gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Boah, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Aaaaaaah! Pow! Ein teuflisches Ding. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf? Doch, aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vom Produzenten von The Fast and the Furious. Wieso rufst du dein Leben für dieses dumme Kleine etwas weg? Er ist mein Freund. Hahaha! Das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du da rauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit um jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blah, 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 blah. Entschuldigung. Darf ich mal kurz? Bier, danke. Sag noch. Sonic the Hedgehog So, du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Verstehe nicht, was er an dir findet. Ist ja eklig. Ab Februar im Kino